Grüß Euch! Dritter Tag, dritte Übung. Heute machen wir Liegestütz. Ich habe je nach Niveau verschiedenste Varianten vorbereitet. Wenn ich jetzt zum Beispiel frisch von einer Schulter-Operation komme, vielleicht schon ein bisschen älter bin und Liegestütz eigentlich überhaupt nicht mache, dann würde ich es eben an der Wand machen. Auf die Zehenspitzen, Hintern anspannt, Schultern weg von den Ohren und dann kann ich super Liegestütz machen. Wenn es zu leicht ist, was wahrscheinlich bei vielen so sein wird, das ist aber so ein Zwischenlevel. Genau dasselbe, das bricht der Kasten. Auch die Zehenspitzen, Hintern am Strand und Brust zur Kante. Ich würde heute 50 von dieser Variante machen, aber nicht auf einmal. Viel Spaß! 2 4 5 Vielen Dank.